Zahlenfolgen vervollständigen Level 3. Führe die Zahlenfolge logisch fort. 1, 2, 6, 24, 120, 720. Wie geht's weiter? Bitte pausiere das Video einmal kurz und mach dir selber einmal Gedanken. Und dann teile ich dir meine Gedanken mit. Ich will ja immer überlegen, wie komme ich vom Ein auf das jeweils nächste Folgeglied. Tja, wie komme ich von 1 auf 2? Ich könnte 1 addieren oder mit 2 multiplizieren. Okay, wie komme ich von 2 auf 6? Ich könnte 4 addieren oder mit 3 multiplizieren. Was wir hier schön sehen können, ist, dass die Abstände zwischen den Folgeglieden immer größer werden. Das heißt, es liegt entweder nahe, dass wir immer größere Zahlen addieren oder dass eine Multiplikation ausgeführt wurde. Schauen wir mal. Multiplikation. Naja, um von 1 auf 2 zu kommen, multiplizieren wir doch mit 2. Um von 2 auf 6 zu kommen, multiplizieren wir mit 3. Okay, verstehe. Mal 2, mal 3. Dann kennen wir als nächstes mal 4. 6 mal 4 ist 24. Stimmt. 24 mal 5 ist 120. Stimmt auch. Das bedeutet, ich müsste die 720 mit 7 multiplizieren, um in dieser Logik zu bleiben. Tja, bringen wir das hin. Ja, ne? 700 mal 7 sind 4.900. 20 mal 7 sind 140. 4.100 plus 140 sind 5.040. 5.040 ist das gesuchte Folgeglied. Hier wird also mit immer größer werdenden Zahlen multipliziert. Mal 2, mal 3, mal 4, mal 5, mal 6, mal 7. Jetzt käme mal 8, dann mal 9. Die Zahlen werden also immer größer und größer. Okay, wenn du noch weitere Zahlen folgen möchtest, weil du sagst, oh, das war ja viel zu leicht, ich möchte noch viel schwerere Aufgaben haben. Na easy, guck mal in diesen Videos rein. Wenn du Bock hast, abonniere gerne diesen Channel. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Lass dir gut gehen. Tschau und tschüss. Dein Rick. 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 Dein Rick.